Ja, heute durfte ich mal wieder mit dem Südwestfunk ein bisschen unterwegs sein in Deutschland. Und wir haben die Profis gefunden, die natürlich die Situation des Coronavirus ins Bild umsetzen. Es ist dabei der Paul, der Wolfgang und der Bernhard Federführer für das Autorenprogramm und natürlich verantwortlich für die anderen zwei Spitzbuben. Es hat mir super Spaß gemacht bei euch und ich hoffe, dass ihr weiterhin tolle Filme macht, aber nicht nur Krisenfilme über Viren, sondern ein tolles Programm für den Südwestfunk im Süden Baden-Württembergs. Grüße nach USA. Herzliche Grüße vor allem an Pfälzerlandsleute, weil ich komme aus der Pfalz. Paul, hast du noch Indianer drüben? Nee, ich bin selber noch ein Indianer, der letzte Mohikaner, der hier lebt bei Wohnensee. Vielen Dank und macht's gut. Danke. Tschüss. Tschüss.